Stolz, dass ich hier elf Jahre, auch in schwierigen Zeiten, denke ich, ganz gute Arbeit geleistet habe, dass ich diesen großartigen Klub auch trainiert habe. Und das macht mich sehr stolz. Diese Verabschiedung, dieser Abschied von der ganzen Kulisse, die vorübergehend ist, war schon sehr schwierig. Ich bin erst mal froh, dass ich Urlaub habe und dann freue ich mich auf das Spiel, dieses Abschiedsspiel, weil so viele Spieler aus alten Zeiten hier ankommen und er freut mich sehr auf dieses Tropfen. Wir haben fantastisch gespielt. Es ist natürlich schade, dass Flensburg diese Runde absolviert, viele Spiele mit einem Tor gewinnt und letztendlich trotzdem verdient Meister wird. Wenn man mit sechs Minuspunkten nur Zweiter wird, ist es natürlich sehr bitter, aber erinnert nichts daran, dass wir toll gespielt haben das ganze Jahr. Natürlich geht es heute erst mal, sich gebührend vom alten Verein zu verabschieden, aber ich habe schon richtig Bock auf meine neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, da loszulegen. Nach dem Urlaub logischerweise.